Hallo zusammen, viele Grüße hier aus Würstberg. Wir grüßen nach Heinsberg. Lieber Alex Wulff, hier ist Alexander Herrmann und... Du bist Betz. Ja, wir beide. Wir sind ja quasi die kreativen und gastronomischen Schöpfer hier hinter uns im Posthotel. Und du hattest ja die Idee, ein sogenanntes Four-Hands-Dinner zu machen. Das heißt, wo zwei Unternehmen zusammen ein Menü machen. Jetzt können wir nicht wirklich reisen. Das macht keinen Sinn. Aber die Idee von dir zu sagen, schickt uns quasi zwei Rezepte von uns aus Würstberg. Und du machst noch zwei Rezepte und dann machst du ein Viergang-Menü. Und daraus gibt es dann ein Take-Away-Menü. So ist es richtig, ne? So ist es richtig, ne? Ja, ne? Take-Away-Menü quasi. So ein Restaurateur. Ja, ja, ja. Wir sind Kollegen, schön ein Restaurateur. Das heißt, das ist eine Art Selbsthilfegruppe für Spitzengastronomen. In diesem Sinne, wir wünschen dir natürlich alles, alles Gute. Viel Spaß damit. Verraten wir schon, was wir machen da, ne? Nein, das verraten wir nicht. Das muss er selber. Ja, welche zwei Gerichte von uns und welche zwei von dir kommen für dieses Menü, das darfst du verraten. Wir freuen uns jedenfalls über diesen Weg, dich ein wenig zu unterstützen. Natürlich, Gesamt-Heinsberg. Denn ihr habt es natürlich auch, es ist schon eine schwierige Zeit gewesen für uns alle. Und für euch war es doppelt schwer. In diesem Sinne, wir bleiben solidarisch. Wir stehen zusammen. So wie die schönen Restaurateur- bzw. Spitzengastronomen das nochmal tun. Ja, und abholen kann man es natürlich in den Burgstuben-Residenz in Heinsberg. Bei Alex Wulff. Ja, Take-Away heißt es, selber abholen. Hätte man sagen können. Also, auf in die Burgstuben-Residenz. Viele Grüße aus Würzberg. Ciao. Ciao.